Wir wollen nur unsere Musik mit der Welt teilen! Du, der lebt euer Leben! 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 Mit deinem Teufel! Warum jault ihr so? Wir sind eine Bardentruppe, die mit Musik heilt. Wie eine Arznei. Doch dieser Irre, der sich selbst zum Bischof der Trümmer ernannt hat, lehnt uns ab. Er sagt, wir klingen wie des Teufels Dudelsack. Dieses seltsame Instrument aus seiner Blase und Knochen? Das klingt eher wie ein altes Klageweib. Er verscheucht unser Publikum mit seinem Untergangsgerede. Dabei haben wir solche Sehnsucht nach Musik. Ein Heeres Anliegen. Vielleicht muss er von eurem Talent überzeugt werden. Du würdest uns helfen? Heppel, hurra! Du magst auch Musik! Musik, das ist ein gutes Zeichen! Diese Messklänge! Warum erlaubst du dem Jungen nicht zu spielen? Er bringt den Menschen Freude. Musik ist der Darmwind des Teufels. Ranzig und faul. Ich als Bischof der Ruinen werde das nicht dulden. Bischof der Ruinen? Ist dieser Titel von Elfret? Nein, von Gott selbst. Er sprach zu mir, als ich eines Tages auf diese Steine piste. Ich bin sein Instrument, das diesen Teufelsklang zermahlen soll. Da bin ich aber anderer Meinung. Ich bin ein bisschen hauegeert. Er hat ein bisschen hauegeert. Mitten in die Fresse rein. Dreckig, feige und gemein. Du hast uns große Dienste geleistet. Darüber werde ich ein Lied schreiben. Lebo! Möge dir weiter heute's Lied gut ersinnen. Pepe, purra! Alles ist wunderbar! Sie sind den Durchsch движenbruch mit so wenig helfen. In der Wände kommen. Sie müssen die toutes geholоть werden. Wir Bomben discounten, das ist ... ... des Prizes. Er wird geschnitten. Sie können Sie das gebacağız. Tschüss.